Nach der Bichkes-Gloser-Zeit, Schirin trägt jetzt Größe 34. Sie könnte nicht glücklicher sein. Vor über sechs Monaten fiel der Startschuss für Schirins neues Leben. Die lebensfrohe Poverfrau bewahrt sich bei der Bichkes-Gloser und kämpfte sich sogar bis ins große Finale. Dort musste sie sich zwar Saki geschlagen geben, aber das hemmt Schirins Freude keinesfalls. Sie genießt ihren Alltag ohne die überflüssigen Pfunde und teilte einen unglaublichen Abnehm-Meilenstein. Vor ihrer Zeit im Tebichkes-Gloser-Camp brachte Schirin bei einer Körpergröße von 1,55 Metern 96,4 Kilo auf die Waage – das gehört nun der Vergangenheit an. Die Zahnärztin hat mittlerweile rund 41 Kilogramm abgespeckt und feierte diesen Erfolg jetzt in ihrer Instagram-Story. Dass ich einmal in die Klamotten meiner Arbeitskollegin in Größe 34 passe, kommentierte Schirin einen Strahle-Clip, in dem sie fröhlich herumtänzelt. Das Outfit wird ihre Freundin sicher so schnell nicht wiedersehen, wie die Thüringerin mit dem Haastag-Raute jetzt es das Mainz klarstellte. Die Strahle-Frau wiegt momentan rund 53 Kilogramm. Für Schirin war das vor einigen Monaten noch undenkbar. Ihr Wunschgewicht lag damals bei 55 Kilo. Allerdings wäre ich schon mehr als glücklich, auf der Waage überhaupt jemals vorne eine 5 zu sehen und nicht hinter einer 9 versteckt, scherzte sie im Promiflas-Interview. Die Strahle-Frau wiegt momentan rund 53 Kilogramm.